So, Gegner, die zu doof sind, um nach oben zu werfen. So was liebe ich. Hm. Und ein Funk, der zu doof ist, um sich Magie aufzuheben. So was liebe ich. Was? Achso, achso, ich dachte, das wäre ein neuer Gegner. Aber hier unten war nur eine Kellerassel. Haha. Tot, 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 tot. Mein neues Lied. Tot, tot, tot. Allen, ah, Wichsern der Hölle. So. Toll. Weiter, weiter. Mhm, aha. Und die Brücke geht noch weiter, habe ich recht? Nein, wir sind vorbei. Wir sind vorbei vor allen Dingen, ja. Nein, 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 hier oben gibt's nix. Oh, Würmer töten. Oh, das ist gut. Nein, ich hätte mich aufstellen müssen, war ja klar. Oh Gott, wie soll ich... Ah, fick dich, fick dich, fick dich. Bing, bing, und bing, bing, und dem alten Bings bring ich sein rum. Bam, ba, dam, ba, dam. Tot, oh Gott. Bings, bings, gut. Ah, 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 und einfach in die Höhle hinein, denn dann... Was zum... Was zum... Wir sind... Wir haben jetzt einen Überwarp gemacht. Geil, super, okay. Okay, mir egal. Also eine Höhle auch zum allerersten Mal betreten, die uns einfach nur auf die andere Stelle warpt. Finde ich auch gut. Und... Krass. Interessant. Block die Okti, 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 block Okti, block. Block the Pulse, down. Block die Okti. Ich mach euch platt, denn ich... Wow. Warte mal, das ist jetzt noch die andere Seite, oder? Kann das sein, wo ich eben gerade gestorben bin? Lasset mich raten. Lasset mich raten. Ha, 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 ha. Ja, das Spiel ist... Ha, 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 ha. Ja, ha, ha, ja. Ha, 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 ha. Sehr witzig, Spiel. Ha, ha, ha. Oh, wie überaus komisch du doch bist. Ha, ha, ha. Ich lache übermorgen. Ha, 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 ha. Der Friedhof, wo ich nix bekommen kann außer tausend Gegner hinter mir und über mir. Das war's. Und stirb eines regelrecht schönen Todes, denn du bist die... Ah, meine Augen. Die Unverwundbarkeitszeit ist wesentlich zu kurz. Ne, das ist jetzt scheiße, scheiße. Okay, gut, okay, Freundchen. Das ist echt scheiße. Alter, was soll das denn? Kann ich... Ich stoppe ich nur, oder? Ne, ich kann euch auch töten, aber dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Stärke. Warum gibt es hier nix? Leckt mich am Arsch. Verdammt. Ah! Okay, das war aber was Einfaches. Ja, ja, ja. Ja, 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 gut. Das ist überschaubar. Ah! Hier gibt es auch nichts. Muss ich hier noch irgendwas machen? Ich meine, ich weiß nicht. Ja, nein, vielleicht... Oh, blau. Ey, ist das krass. Boah, ich hasse die Bumerang-Typen so sehr. Es ist der Wahnsinn. Oh, oh, jetzt... Ähm, sind sie mal gerade ein bisschen in ihrer Gunst aufgestiegen, würde ich sagen. Aber gewaltig. Hier gibt es auch nichts. Das ist scheiße, ist das doch. Ähm, ja, gerne doch mal wieder. Ah, ja, genau. Komm weg. Bam, bam, bam. Schwert und Stein. Oh! Oho! Okay. Okay. Ist die Attacke vielleicht sogar göttlich? Ah. Na, wir können es jetzt mal direkt testen. Am Bumerang-Mann. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich liebe sie. Ich, ich hab mich verliebt gerade in eine Attacke. Oh Gott. Oh Gott, Schwert und Stein ist wohl das Schönste, was es gibt. Oh weia, oh weia. Genau sowas hab ich gesucht. Genau sowas. Dann suchen wir jetzt einfach mal weiter nach nem richtigen Ein-Aus-Zugang zu irgendwas. Ich weiß ja nicht was. Ähm. Hier vielleicht, in der Mitte. Das weghauen. Nein, auch nicht. Hm. Also auf der anderen Seite, wieder über die Brücke, natürlich. Aber jetzt wesentlich besser vorbereitet. Ah, 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 Leute, das gibt's nicht. Bam, 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 bam. Oh wow, oh wow. Oh wow. Oh wow. Ich bin gespannt jetzt auf die Krokos. Oh Gott. Ja, okay, mit Seifenblasen wird doof, aber... Okay, na jetzt. Ist das genial. Oh Gott, ist das... Ist das der Wahnsinn, die Attacke ist... Ah, 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 ah. Okay, kann ich nicht töten, aber egal. Ich bin verliebt in eine Attacke. Fuck. Gut, da oben erwische ich dich nicht, aber... Oh Gott, shit. Bam, bam, bah, fuck. Nein, ah, fuck. Bam, nein. Ja, gut. Bam, 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 bam. Gut, haha. Einfach hier weiter. Ich muss ganz bestimmt irgendeinen Grab finden. 100 pro. Irgend so eine Scheiße muss da hier wieder geschehen. Das mir vorher nicht einmal gesagt wird. Ah, ducken. Ja, und treffen lassen. Ah. Okay, Entschuldigung. Ah, gut. Da, 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 da. Geil. Da. Sehr genial. Das war aber schade. Nein, nicht... Moment. Wir gucken hier erstmal weiter nach links, aber dann falle ich ganz bestimmt... Dann komme ich wieder raus. Habe ich recht? Ja, ich möchte aber wieder rein. Okay. Käfer wieder da? Ne. Hier kommen wir jetzt als Fee nur hoch. Ich muss mich in eine Fee verwandeln. Bands. Juhu. Okay, okay, okay. Weiter, 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 weiter. Kommt ein Gegner. Dann schweben wir mal weiter oben. Jetzt kommt irgendwas. Okay. Leben. Hm, ist mir erstmal gerade unwichtig. Gut, benutzen wir das. Yes. Juhu. Irgendwas kommt doch. Ein kleiner Käfer. In Ordnung. Kann ich mit Leben? In Ordnung. Oh, Bumerang, Mann. Dich ficken. Nein, schade. Oh Gott. Jetzt Leben. Bam. Okay, war vielleicht zu übereilt, aber... Aha. Oh, ich bin beim Tempel. Ja. Weil ich mal wieder was gefunden habe. Oh, ist das... Ist das... Gibst du mir hier wieder Magie am Anfang? Was? Das war so jetzt nicht beabsichtigt, mein Lieber. Das war scheiße von mir. Mhm, 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 mhm. Geil. Wollen wir ihn trotzdem probieren? Okay. Nein. Nein. Ja. Nein. Oh, fuck. Nein. Nein. Ja. So. Ja. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, nein, geh rein. Oh, gut. Weil... Yes, yeah. Yes, yeah, yes, yeah, yes, yeah, yeah, yes, yeah, yes, yeah, 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 yeah. Wer auch immer das verstanden hat, es heißt... Yes, 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 yeah, yes, yeah, yeah, yeah. Der nächste Tempel. Und wir haben... Gut. Noch zwei Versuche. Geil. Das ist scheiße. Der Weg hierher war krank. Hä, was bist du? Wop. Wop. Krank, krank. Tod. Ich finde den Tempel ziemlich geil. Ich muss jetzt schon sagen, Tempel, ey, gefällt mir. Dida, da, dida, di. Kann ich das abwehren? Okay, jetzt mir... Nein, Moment. Wirf doch nochmal. Nein, ich kann nix abwehren. Krieg ich mal ein besseres Schild? Apropos, ich hab doch hier meine Schwert und Stein. Oh Gott. Warum... Ich bin so dumm. Ich bin so doof. Die Attacke ist so geil. Und ich mach sie einfach nicht. Hier, guck. Bam, bam, bam. Ah, ja, deswegen vielleicht, weil sie nix bringt. Und ich jetzt hier feststecke. Ah, nein. Oh Gott. Oh Gott. Ah, was? Das war's? Das sieht... Das... 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 Viel Spaß. Ey, fangt euch alle over und out. Sch, sch, sch.